Dass man mit einer Armbrust schießen kann, das weißt du. Dass man sie aber auch so schnell und kinderleicht wieder laden kann, vielleicht nicht. Wenn dir das interessiert, bleibt dran. Hallo und willkommen aus der Renni Rostow vom Survival Shop über Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist sie nun. Diese EK-Armbrust, Pistolenarmbrust gibt es auch mit einem Schaft, wie du gerade vorher gesehen hast, zeige ich dann auch alles mit dem Cobra-Schnellspannsystem. Wie funktioniert das? Hier unten hast du den Griff, da ist ein kleiner Hebel, den ziehst du zurück. Dadurch kannst du diesen Hebel hier, diesen großen Spannhebel hin- und herschieben. Was bedeutet das? Durch das Hin- und herschieben geht hier das Spannelement nach vor, das ist in einer Führung enthalten, das heißt, kommt nach vor und dann greift es über die Sehne hinweg, hat die Sehne und dann spanne ich mit diesem Hebel, das ist ja doch ein dementsprechend großer Hebel, das Teil nach hinten und die Sache ist geritzt. Dann einen Pfeil einlegen. Das sind spezielle Pfeile, also nicht die Pistolenarmbrustpfeile, an die wir kennen von anderen Pistolenarmbrusten, das sind spezielle, die sind auch ein bisschen größer. Hier gibt es ein Sicherungselement, grün heißt okay, rot heißt ui, Gefahr. Jetzt ist Gefahr, weil jetzt kann ich Ra-Wumsti-Ka-Boomsti machen. Also es ist wirklich arg, ja. Und den letzten, also der Streukreis ist absolut irre, ja. Wow. Aber das schauen wir uns dann nachher an. Also ich glaube, du siehst, dass die Kadenz, also die Schnelligkeit und also die Pfeile, die ich pro Minute rausschießen könnte, einfach so zum Spaß sozusagen enorm sind. 90 Pfund hat dieses Element. Das heißt, 90 Pfund Spannen ist normalerweise nicht immer so einfach und ich habe einige Armbrüste, aber von der bin ich ganz einfach jetzt auch überzeugt, weil ich sie getestet habe. Aber wir schauen uns an, wo noch die Vorteile von diesem Cobra-Schnellspannsystem und dieser Armbrust hier liegen. Der Vorteil von dem Teil liegt daran, dass man es sehr klein und kompakt zusammenlegen kann und somit auch einfach in einem Rucksack transportieren kann. Wie geht das? Hier vorne da ist ein Sicherungsbolzen und ich nehme jetzt mein Survival-Multitool. Vorne nehme ich den Glasbrecher. Wenn dir das Teil interessiert, Link findest du auch unten. Das ist ja mein Survival-Multitool mit mehreren Funktionen. Und drücke hier hinten in diesen Bolzen rein und dadurch geht der Bolzen nach außen. Den kann ich jetzt ganz nach außen ziehen. Da ist er nun, dieser Bolzen. Und dadurch werden mir die Wurfarme der Armbrust freigegeben. Das ist jetzt ein bisschen ganz nach hinten gezogen. Da muss man schon ein bisschen herumdrücken. Das ist ganz klar. Aber wie du siehst, die haben die Wurfarme, haben sie wirklich nachgedacht, gleich in eine unter Anführungszeichen Schnellspannvorrichtung eingebaut. Also da ist die Ausnehmung. Ich zeige dir das jetzt noch einmal. Ich habe jetzt zwei Teile, die ich in einen Rucksack reinlegen kann. Dann will ich sie einsetzen. Setze eben den Wurfarm hier ein. Da muss man ein bisschen draufklopfen. Und dann, ich muss ein bisschen mehr draufklopfen, dass es wirklich komplett plan aufliegt. Und dann kann ich diesen Sicherungsbolzen wieder reindrücken. Und das Teil ist wieder einsatzbereit. Aber du weißt ja, wo Licht ist. Da ist auch Schatten. Licht, ja, ich kann es sehr kompakt zusammenlegen. Aber der Schatten, ja, der ist, das Teil ist relativ schwer. Wenn ich es jetzt vergleiche mit der Redback Pistolenarmbrust, das Teil habe ich ja auch vor einem Jahr ungefähr vorgestellt. Link zu dem Video findest du oben. Das ist ein relativ leichtes, kleines Armbrüstchen, ein Pistolenarmbrüstchen. Ich glaube, 80 Pfund hat das Teil. Ist auch alles super wunderbar. Aber das ist ein Federgewicht. Dafür ist das mit dem Einspannen nicht so einfach. Weil, wenn ich die auseinandernehme, dann muss ich sie wieder einschießen. Weil nur der Wurfarm eingespannt wird über eine Klemmvorrichtung da vorn. Das geht also nicht. Auf die Schnelle muss ich wieder einschießen. Das ist bei dem hier nicht der Fall. Dafür ist er schwerer. Allein dieser Mechanismus hier ist einfach deutlich schwerer als der von herkömmlichen Pistolenarmbrüsten. Aber man kann nicht alles haben. Boah, Vorteil ist ein Nachteil. Und du musst entscheiden, ob du das Mehrgewicht hast. Link findest du zu dem Produkt unten. Schau das Ganze einfach an. Auch akzeptierst und es für dich wert ist, dass du eine Schnellspannvorrichtung hast und das Teil auch kompakt zusammenlegen kannst. Machen wir einen kleinen Schusstest. Und zwar da hinten. Da habe ich einen Katalog. Ich zeige dir dann nachher von Umarex von Walter Aufking. Und ich brauche ihn immer. Das ist eine Preisliste, ein Katalog. Alles wird teuer. Ich habe eine neue gekriegt. Schießen wir gleich drauf auf die alten Preise. Aber wie weit bin ich da weg? Das sind jetzt sicher 10 Meter. Schauen wir mal, was es kann. Ha, jetzt hat es mir so umgekaut. Ich will es wissen. Ja, jetzt drüber. Ist auch eine Wurst. Ganz knapp drüber. Ja, so schaut es aus. Das ist dieser Katalog. Der hat mit einer Hand. Das ist durchgestoßen durch diese Preisliste. Ohne Probleme. Wie du siehst, es geht da ganz einfach durch und steckt dann auch noch einmal wirklich schön fest da in dieser Schaumstoffmatte drinnen. Also dieses Ding hat echt Wumms. Ja, jetzt wollen wir noch einmal auf ein anderes Ziel schießen. Ja, ich denke, du hast es gesehen. Er ist einfach durchgefahren durch die Flasche. Und der zweite ist hier eingetreten. Durch die Flasche durch und dann natürlich in diesem Element dahinten stecken geblieben. Also, ja, hat mir die Flasche angepinnt sozusagen. Ja, beim Intro hast du mich ja gesehen, dass ich einen Schubschaft hier drauf gehabt habe. Es gibt diese Armbrust in zwei Varianten. Entweder nur als Pistolenarmbrust oder ein Kit, was da sonst noch dabei ist. Leuchtpunkt, Visier etc. zeige ich dir gleich. Aber auch diese Montage ist sehr, sehr einfach. Analog wie bei den Wurfarmen gibt es hier hinten einen Bolzen. Du drückst hier rein und machst den Bolzen damit auf. Damit ist dieser Sicherungsstift heraußen. Dann einführen. Fertig. Und du hast einen wunderschönen Schubschaft, der genau da drauf passt. Kann man einstellen, so wie man das braucht. Ja, ganz eine feine Sache. Und ja, dazu gibt es dann noch ein weiteres Element. Das hast du am Anfang auch gesehen. Und zwar, das ist das hier. Das ist ein spezielles Griffstück. Hier dreht man ganz nach unten. Dadurch macht man den Schiebemechanismus auf. Vorne auf die Picatinny Schiene drauf. Unten anschrauben. Und es hält bombenfest. Und du bist schon wieder bereit zu schießen. Und das macht noch einmal wirklich was her. Im Lieferumfang ist dann noch eine Schutzbrille dabei. Dann ein Leuchtpunktvisier. Das man auch hier an die Picatinny Schiene anbringen kann. Ich muss aber dazu sagen, und das muss man einfach einmal so festhalten. Das ist wirklich sehr, sehr einfach gehalten. Es funktioniert zwar. Ja, genau. Es funktioniert zwar. Aber das ist ein bisschen so lala. Also wenn du jetzt wirklich sagst, du willst Ziel schießen und du willst das wirklich verdammt gut, weil es geht wirklich verdammt gut, auch auf die Distanz, dann würde ich mir vielleicht ein bisschen was höherwertigeres kaufen. Aber es ist auf jeden Fall auch im Lieferumfang dabei. Und es ist auch ein One-Sling dabei. Das heißt, das ist dieses Teil da. Wird hier hinten eingebracht. Und dadurch kann ich jetzt diese Armbrust One-Slingen sozusagen. Immer ein schönes enklisches Wort, dann ist es nett. Also ich kann sie ganz einfach hier besser transportieren. Kennst du sicherlich auch von... Eigentlich kommt das aus dem Gewehrbereich. Kann man einstellen. Ja, soll so sein. Ist auch im Lieferumfang dabei. Ein wichtiger Punkt. Und der ist wirklich wichtig. Und zwar, das ist das hier. Der ist auch dabei. Egal bei welcher Ausführung. Also ich habe da jetzt die Ausführung gezeigt von diesem Kit. Link findet es da unten. Schaut das in meinem Shop an. Da gibt es beide Varianten. Das hier. Dieses Wachs, das ist bei beiden dabei. Und ich habe das Teil ja jetzt schon sehr intensiv getestet, weil du merkst, das macht richtig Spaß. Dieses Wachs hier. Das ist ganz, ganz entscheidend. Weil es passiert, wie ein LaBello sozusagen, wie ein Lippenstift, nur fett ganz einfach. Da hier. Und das mag ich dir jetzt gleich zeigen. Da ist so viel Druck drauf. Das Teil, das geht so ab. 90 Pfund, volle Kanone. Das reibt sich mit der Zeit hier an dieser Schiene hier ab. Ich mache das ein bisschen anders. Und zwar, ich wachsele. Da hier wachse ich die äußere Sehne. Und hier innen gebe ich ein bisschen Silikonspray drauf. Damit das Ganze besser hin und her flutscht. Weil mit der Zeit wird sonst genau dieser Bereich hier, da wo der Bolzen aufsitzt, abgerieben. Und dadurch wird die Sehne. Es gibt eine Ersatzsehne, findest du auch im Shop. Und kauf gleich eine Ersatzsehne mit, damit du immer sozusagen mobil oder abführungszeichen, also immer schutzbereit bleibst. Aber der Punkt dabei ist, wenn du da keine Pflege reingibst, bist du ungefähr nach 150, 200 Schüssen so weit, dass das nicht mehr wirklich sicher ist. Wenn du das aber jetzt pflegst und da Silikonspray draufgibst, zeige ich dir dann nachher noch einmal. Dann ist die Sache auf jeden Fall gebongt. Ja, für den Bogen wird hier außen diese Schmiere angebracht, damit das Ganze immer schön flexibel bleibt. Du kannst das mit den Fingern machen oder mit einem Taschentuch oder mit einem Handschuh. Aber nur in den äußeren Bereichen hier einbringen. Nicht auf der Pfeilauflage, weil dafür verwenden wir das hier. Ja, wie funktioniert das jetzt? Ich habe jetzt hier Silikonspray, auch von Walter, aber wird andere Sachen natürlich auch funktionieren. Was tun wir hier? Auf der Schiene, da wo sich die Sehne hin und her bewegt, bringen wir ein bisschen was von diesem Silikonspray auf. Und dann, ich stehe mir das da auf die Seite, dann wische ich das mit einem Taschentuch. Das soll nicht dasselbe sein, das du verwendet hast für das Einfetteln, sondern das ist ein eigenes. Wischst du das Ganze dann nachher ab und man merkt dann auch gleich, dass das Ganze hier auf dieser Schiene alles viel flutschiger und flauschiger und flaumiger wird. Die Idee ist nämlich, dass genau diese Pfeilauflage hier wenig Widerstand erfährt, damit sie ganz einfach besser drüber flutscht. Wenn sie besser drüber flutscht, dann habe ich einen großen Vorteil. Warum gebe ich kein Wachs hier auf diese Pfeilauflage? Einfach aus dem Grund, das machen ja auch viele und das ist auch total okay und das ist ja eine Philosophiefrage, weil dieses Wachs dann mit der Zeit hier in diese Sicherungselemente und in diese Sehnenhalterungen reingeht und wenn dann noch ein Schmutz dazu kommt, dann steht das vielleicht noch eine Zeit lang, dann kommt der Staub dazu, dann wird das ein richtiger schöner Gage und das ist dann auch nicht das, was ich will. Natürlich will ich diese Teile hier auch fetteln und will ich auch, dass die immer flexibel bleiben. Dazu kann ich auch ein Silikonspray zum Beispiel hernehmen, verwende ich. Andere verwenden Waffenöl oder dieses Griech, so unterschiedliche, ich weiß nicht, ob das Griechöle sind, aber ich habe keine Ahnung, ich verwende halt immer Silikonspray und bin bis jetzt gut damit gefahren. Ja, wenn du mir einen Kommentar schreiben willst, was du verwendest, dann mach das bitte, das wäre sehr, sehr fein. Gut, aber das jetzt zur Pflege des Teils. Ja, was ist mein Fazit von diesem Teil? Echt, echt, echt fett und macht richtig Spaß damit zu schießen. Gibt es wie gesagt in der Standardversion oder eben mit diesem Kit, wo eben das Leuchtpunktvisier, dieser Schubschaft, dann dieses Sling-Dingsbums da und dieser Griff hier dabei sind. Ja, sechs Pfeile sind standardmäßig dabei nachzukaufen, gibt es auch Ersatzpfeile. Wirklich ein sehr, sehr fettes Teil, das zum Schießen einfach Spaß macht. Die Frage natürlich, darf man das in Österreich und Deutschland haben? Ja, überhaupt kein Problem, es sind beide Länder ohne Probleme lieferbar. Wenn dir das interessiert, unten findest du den Link auf meinen Shop, dort kannst du das kaufen. Eh ganz klar, dies war eine Produktpräsentation. Ich sage danke fürs Dabeisein, mag dir um einen Kommentar bitten. Wie siehst du das, hast du das im Einsatz? Erzähl uns ein bisschen was dazu. Was hältst du davon, dass man das so schnell zusammenklappen kann und auch transportieren kann? Das wäre sehr, sehr fein. Mag dir immer Daumen nach oben oder nach unten bitten. Abo, wenn es das erste Mal hier ist. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Unten der Link zum Produkt, auch zu meinem Survival-Tool, weil das passt gut da zusammen zum Herumstochen. Dein Rainer Ross vom Survival Shop Überlebenskurs. Bis bald, ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017